Musik 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 Kann ich ja auch wieder unten durch? Da kann ich auch unten durch. Aber ich möchte nochmal am Wagen gucken. Musik Irgendwo müssen sich ja so ein paar Boote verstecken. Oh, wie da oben das Holzstück rumzittert. Na, gibt's hier irgendwas? Nee. Da drinnen auch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Die Blubberts. Hm. Na gut. Yay. Aber nur mal nicht übertreiben hier, ne? Nicht, dass ich auf einmal einen Abflug mache. Also, muss ich da irgendwie oben an den Kasten? Das sieht ja schon so aus, ne? Und da geht's bestimmt auch lang. Aber ich versuche mal mein Glück. Ah, da oben ran springen? Puh. Puh. Könnte schwierig werden. Ja, noch ein Brot? Nee. Das könnte wirklich schwierig werden. Oh, nee. So nicht. Nee, ich glaub, das geht anders. Das ist viel zu hoch. So nicht. Vielleicht. Vielleicht komm ich irgendwann durch irgendein Rohr raus. Das ist ein Stromkasten. Hm. Da geht ein Kabel lang. Oh, Flossi. Ich glaub, wir haben Auftrag. Lass uns dem Kabel folgen. Na denn. Oh. Oh mein Gott. Der arme Fisch. Muss ich das ganze Ding hier fluten? Wirkt der irgendwie so, ne? Ja. Und dann bleibt man direkt am Stock hängen. Okay. Oh nein, 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 nein. Mach mal hier keinen Blödsinn. Wir müssen da rüber. Und. Yay. Elegant daneben. Ach, wie schön. Naja, fast im Wagen gelandet. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich spring jetzt einfach immer wieder hier in diese Fontänen rein. Ich hoffe, die zeigen mir wirklich den richtigen Weg. Ach, da bin ich ja gerade schon gelandet, ne? Da war ja das Warnschild. Sehr elegant. Flossi, da hättest du jetzt aber auch ranspringen können, ne? Habe ich da oben gerade ein Symbol gesehen? Also so ein Speicherpunkt? Hm. Oh mein Gott. Flossi, du hängst fest. Flossi hängt fest. Nein, das ist gemein. Flossi, was machst du denn? Flossi, warum denn? Flossi ist irgendwie mit dem Gesicht an der Schraube hängen geblieben. Oh nein. Ich komme hier nicht weg. Was ist denn hier los? Jetzt frage ich mich aber gerade, ist das ein Bug? Ich sterbe nicht. Ihr Lieben, habe ich endlich mal wieder einen Bug gefunden? Flossi? Flossi, was ist hier los? Guckt euch das an. Ich hänge fest. Ich kann nicht weg. Okay. Ja, schön. Tja, mein Kleiner, tut mir leid. Wir waren gerade so erfolgreich, aber irgendwie geht das so nicht. Hm. Wenigstens kann man hier den Checkpunkt dann immer neu auswählen. Aber das ist natürlich ein Ding jetzt wieder. So. Folge dem Kabel. Da muss ich jetzt besser landen jetzt so beim Wagen. So. Ja. Na klar. Komm, Rolle. Das schaffst du. Du schaffst es. Du bist in Wahrheit ein Rollmops. Komm her. Komm. Ach Gott. War auch keine so gute Idee gewesen hier, glaube ich. Eieieiei. Das ist ein bisschen flach hier. Oh, nee. Nee. Das können wir gleich lassen hier. Das wäre eine blöde Stelle. Und alles nur, weil ich am Wagenfist hing. Jo. Ich bleib optimistisch, dass ich da jetzt so irgendwie weiterkomme. nehme jetzt nicht den Weg da lang. Das war ja gerade irgendwie ein bisschen unglücklich. Ich habe da gerade auch nochmal eine Fontäne gesehen, aber da komme ich nicht ran. Nein. Komm her, mein kleiner Fischfreund. Komm her, mein kleiner Fischfreund. Na. Und hepp. Oh, da habe ich zu früh auf Fliegen gedrückt. Ach Gott. Au. Flossi, da klemmen wir mal wieder irgendwo rum, ne? Mhm. Mhm. Ungünstig. Alle guten Dinge sind 10. Tausend. Ne? Müsst ihr Bescheid. So. Ab zur Fontäne jetzt hier. Theoretisch. Okay. So, dann zur nächsten Fontäne. Boah, wenn diese Bretter hier einfach mal nicht im Weg wären. Jetzt konnte ich schon wieder nicht so richtig sehen, was da oben los ist. Verdammt. Wird wissen, ob da so ein Checkpoint ist. Oh, 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 oh. Das hätte, ah, es hätte in die Hose gehen können. Ich hatte gerade echt wenig Schwung. Ich traue mich gar nicht wieder zurück zum Wagen. Da bleibe ich bestimmt wieder hängen. Aber da will ich auch nicht hin, weil da komme ich nur zurück. Ich gehe mal hier weiter. Hä? 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 Das ist doch das Anfangsgebiet. Hm. Da muss ich immer doch weiter gucken. Ist das hier irgendwas? Oh. Das ist die Frage, wo ich ja wirklich hin muss, ne? Also irgendwo muss ich bestimmt nochmal gegenfliegen. Hallo? Da drüben bestimmt. Oh Gott, das wird schwierig. Oh, kann ich doch wieder nicht springen. Hm. Oh, 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 oh. Na, komm, komm runter. Jawoll. Ähm, ja. Oh Gott. Nein, nein. Flossi macht doch nicht immer so blöd schön. Flossi. Was ist da los? Hm. Und wieder hier. Ach, wie schön. Das erinnert mich ja doch an das letzte Level. Ha. Das war auch ganz schön übel, wie oft Flossi da tatsächlich drauf gegangen ist. Ich meine, hier geht Flossi jetzt vielleicht nicht so oft drauf, aber ich lande immer wieder an der falschen Stelle. So, Fontäne. So, Fontäne. Das haben wir jetzt ja mittlerweile raus. Oh, oh. Nein, da muss ich noch gegen... Da muss ich... Nein. Ah. Man darf wirklich nicht die Flugtaste drücken, wenn man mit dieser Fontäne unterwegs ist. Da muss man sich erstmal ganz in Ruhe anschauen, wo man hinfliegt. Ansonsten landet man echt irgendwo, wo man gar nicht hin will. Das habe ich jetzt hier schon mehrfach gelernt und nicht umgesetzt. Sehr schön. So. So. Bam. So, dann gleich hier hoch. Also, gleich. Jetzt. Doch, da oben ist ein Safe Point. Verdammt. Aber ich denke mal, der ist erst dafür da, wenn ich hier irgendwie den Wasserstand erhöht habe. Was bringt mir das, wenn ich da oben wieder anfangen kann und kein Wasser habe? Kann ja nicht die Lösung sein. Oh. Ich habe schon wieder das Abenteuer mit dem Wagen gesehen. Da nicht. Da geht es nur zurück. Und das war hier der Anfangsbereich. Aber da ist ja nichts weiter gewesen. Oder? Ist da noch was? Nee. Wo kann ich jetzt hier noch was verändern? Hm. Hm. Ich wollte nochmal da mit. Muss ich da doch dann hoch, weil da oben irgendwas passiert? Flossi, ich wollte eigentlich, dass du mal losfliegst. So als Flugfisch. Ne? Was war denn das? So, nochmal. Wo geht es hier weiter? Doch, da hinten. Ah! Ich habe das Wasser vorhin nicht erkannt. Okay. Muss ich gegen den Knopf? Bestimmt, ne? Eep. Sehr schön. Jetzt habe ich da rauf gedrückt. Boah, aber wo kann ich denn jetzt hier wieder runter? Einfach mal hier? Wie? Oh, das Tor ist offen. Aber da sind Steine, das bringt mir also nichts. Ich brauche irgendwas, was die Steine da weg macht. Oh, da ist da noch ein anderes Tor. Hm. Hm. Ich kann ja einfach mal den Schienen kurz hier lang folgen. Vielleicht habe ich hier irgendwo ein Tor übersehen, was uns weiterhilft. Ne, da ist der Wagen tatsächlich noch. Dann doch in dem anderen Bereich. Da geht es auch nicht weiter, ne? Ne, da ist auch alles zugeschüttet. Was bringt mir denn jetzt das geöffnete Tor? Nicht viel, oder? Bin ich nicht mal mehr mit der Fontäne mit hier? Oder es gibt noch einen anderen Kasten. Wahrscheinlich gibt es noch einen anderen Stromkasten, wo ich auf den Knopf kann, ne? Eieiei. Okay. Dann muss ich mich nochmal umschauen. Oh, ne, 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 ne. Zählt das eigentlich als, äh, Tod? Ja, ne? Wenn ich resette, ist das immer ein Tod. Oh. Ja, Flugfisch. Ja. Nein, komm. Super. Dann muss ich auf Suche gehen. Da vorne ist das Tor. Da vorne ist das Tor. Aber irgendwo habe ich so einen Kasten gesehen. Ist das nicht einer, der da durch scheint? Moment. Ich habe das nur nicht so viel voll genommen, dass man da gegenspringt. Ja, da ist auch so ein Knopf. Okay. Und. Oh mein Gott. Komme ich da jemals hoch? Das ist ja auch so hoch. Hm. Super. Wie soll ich denn da hinkommen? Das wird schwierig. Oh. Ne. Ich brauche irgendwie eine höhere Plattform. Oder mehr Anlauf. Aber irgendwie glaube ich, dass ich da tatsächlich hinsegeln muss. Oder? Ne. Es reicht. Sehr schön. Cool. Boah, da gibt es aber noch mehr. Weil das ist ja jetzt ja... Ne, jetzt ist das andere zu. Kann ich denn das hier noch aufmachen? Das muss doch auch irgendwo angehen. Ich folge wieder dem Kabel. Da oben drauf. Hä, da ist jetzt auch wieder ein Speicherpunkt. Hm. Jetzt bin ich aber verwirrt. Endlich mal wieder. Raff das noch nicht ganz. Flossi, wir müssen da nochmal rüber. Wir müssen da nochmal gucken. Ich habe irgendwie einen Scheiter gedrückt. Gut. Und das hat noch nicht so geholfen. Oh. Nochmal da hoch. Na. Guckt mal, der ist wieder deaktiviert. Das ist ja blöd. Warum ist der denn wieder deaktiviert? Wofür sorgt denn das jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich habe es angemacht. Und wenn ich auf den anderen Scheiter klicke, dann geht er wieder aus. Aber was passiert denn da in der Zeit? Das verstehe ich nicht. Ne, nein, nein. Schlechte Idee. Wir müssen ja den anderen Weg nehmen. Ein bisschen runter. Nee, aber jetzt leuchtet es da auch grün. Nee, jetzt sind doch beide an. Aber... Der Wagen. Der steht halt hier, ne? Wo muss ich den denn hinschleppen? Weil hier ist ja alles dicht. Hier kommt ja keiner durch. Oder kann ich da unten durch? Nee. Flossi, was ist unser Auftrag? Erzähl mal. Boah, diese Sonne. Es ist so hell. Muss ich vielleicht noch einen dritten Schalter finden? Ist ja denkbar. Guckt doch noch mal im ersten Raum. Eventuell gibt es ja doch was. Boah, da ist das verschlossene Tor. Ich schwimme da jetzt einfach mal unten durch. Oder ist hier oben noch was? Aber hoch komme ich ja gar nicht mehr, ne? Nee. Dann also nochmal durch das Tor. Und schauen, ob hier auf dem Weg noch ein paar Schalter sind. Aber wenigstens einer. Das ist ein Wagen. Hm. War der Wasserstand schon immer so hoch hier? Nee. Aber da gab es noch einen Raum. Doch, da gab es noch einen Bereich mit Schalter, glaube ich. So weit oben, wo ich noch meinte, wie soll man denn da hochkommen? Dass das niemals geht. Hier. Da. Genau. Dann muss ich doch irgendwie da hoch. Oh weh. Oh weh. Einfacher als gedacht. Gut. Kommt jetzt der Wagen? Ich höre irgendwas. Ich muss hier mal kurz weg. Was ist denn hier so laut? Hm. Oh Gott, nein. Hier ist ja gar kein Wasser. Oh, ich bin ja so verrückt. Oh nein. Oh nein. Flossi. Flossi. Komm. In die Pfütze. Da ist doch schon nass. Ich muss in den Wagen. Ohne Wagen komme ich niemals an. Oh. Oh. Da ist immer noch zu. Wie kriege ich denn den Wagen da weg? Wartet mal. War das Tor nicht offen? Das Tor ist offen, wenn ich oben den Schalter deaktiviere. Oder? Kann ich den überhaupt deaktivieren? Kann man Schalter wieder deaktivieren? Ich teste das mal kurz hier. Oder sind die immer an? Ich kann den nicht deaktivieren. Ist ja blöd. Ich kann nur hin und her schalten, wenn die zusammenhängen. Ist ja blöd, weil ich muss irgendwie den Wagen hier wegkriegen. Das Tor ist ja zu. Ach herrje. Oder ist hier was im Wagen? Vielleicht kann ich mit ein bisschen Schwung da durch. Ei. So, ich bin im Wagen, aber... Das bringt mir nichts. Irgendwie wackele ich hier ganz schön. Was? Nein, das ist verbuggt. Das ist auch verbuggt. Da ist doch Wasser drin. Super. Moment. Jetzt ist das Ding aus. Ich muss gucken, ob unten das Tor offen ist. Und ich werde jetzt einmal hier rüber springen und nicht einmal über die andere Seite. so. Na, äh, ne. Nein. Hat niemand gesehen? M-m. Muss ich doch hier lang. Da gab's eh nichts zu sehen. So. Oh. Oh. Oh, oh. Bossi, könntest du dir ganz kurz, dankeschön, etwas Mühe geben? Wo ist denn jetzt hier der Bereich mit dem Wagen? Ach, ein bisschen Schwung. 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 Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich sag's euch. Der Weg ist das Ziel. Da lang. So, aber jetzt ist tatsächlich... Also, erst das Tor. Richtig. Dann müsste der Wagen ja durch dieses Tor gehen. Vielleicht war das vorhin auch ein Fehler, weil eigentlich müsste sich das ja automatisch bewegen. Das ist dann oben der Punkt. Also hier nochmal hoch. So. Oh Gott. Ja, ist klar, Flossi. Ist klar. Sonst haben wir das auch hinbekommen. So. Oh. Na komm, wir rollen da rüber. Komm, du schaffst das. Jawoll. Noch ein Stück. Ein Stück. Ein kleines Stück. Ach. So. Nein. Oh Gott. Das war knapp. Und. App. So. Jetzt müsste der Wagen ein kleines Stück nach vorne gerutscht sein, oder? Vielleicht bin ich auch vor und zwischendurch abgenippelt und deswegen hat sich das resettet. Das kann natürlich auch sein, ne? So. Der Wagen ist eins weiter. Das heißt... Jetzt muss ich das Ding öffnen. Flossi, bitte. Ich dachte schon, der hängt jetzt hier richtig fest. Und das Ding, der Schalter, der Strom von dem Teil, ist halt auch irgendwie mit da oben verknüpft. Oder ist das eine andere Stelle, wo ich noch gar nicht war? Ah. Bin mir grad nicht so sicher. Ist hier noch irgendwo eine andere Stelle? Ja, das Kabel... Das zeigt doch eigentlich woanders hin. Wo ist denn das Kabel hin? Wo ist mein Kabel? Wird das doch das Falsche? Oh je. Ach Gott. Okay, nochmal. Boah, das kann sich ja nur um eine Ewigkeit handeln jetzt hier noch. Oh, Flossi runter. Nein. Ach, blöd. Wo ist das andere Kabel? Nein. Ich hab halt diesen anderen Kasten noch nicht gesehen. So. Ich hab genau gesehen, dass der Wagen sich da gerade bewegt hat. Eins weiter. Ich glaub, wir haben die ganze Zeit einfach übersehen, wo das andere Kabel hinführt. Aber... Ich weiß es auch jetzt noch nicht. Da drüben. Ist das vielleicht doch ein Weg? Wartet mal. Na klar, da war doch auch noch die andere Fontäne. Da bin ich doch vorhin nur nicht hochgekommen. Ach, Mann. Da, da muss ich doch rauf. Ach, oh. Okay, 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 okay. Ja, da muss ich den richtigen Punkt finden, wie ich da hochkomme. Habe ich jetzt irgendwie voll vercheckt, ne? Ja. 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 Ja.